Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Heute zu Gast die Urenkelin von Richard Wagner und die Ururenkelin von Franz List. Sie leitet seit Anfang des Jahres das Beethoven-Fest in Bonn. Also ein ganz schöner Rucksack, was man da so an Klassik-Titanen mit sich herumträgt. Herzlich willkommen, Nike Wagner. Schön, dass Sie da sind. Freue mich. Als Leiterin des Kunstfestivals Pelerinage in Weimar hat sie sich Namen gemacht. Trotz knapper Kassen zu einer der wichtigsten Events, darf man ja nicht sagen, im deutschen Kunstbetrieb. Mit Nike Wagner spreche ich über Tenöre, Titanen, Theater und natürlich über das Leben in Deutschland. Frau Wagner, wissen Sie in der Rangfolge der häufigsten deutschen Familiennamen, wo Wagner da rangiert? Ach doch, neben Mayer und Müller würde ich annehmen. Ja, ein bisschen drunter. Also Müller ist absolut führend. Müller ist gut getroffen. Mayer ist Nummer zwei. Dann kommt Schneider, Fischer, Weber und Schmidt auch noch natürlich. Und auf Platz sieben kommt Wagner. Das ist doch nicht schlecht. Also ein ganz normaler deutscher Name. Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, und das sind Sie viel, und Sie sagen, guten Tag, mein Name ist Wagner, wie reagieren die Menschen? Ja, das ist eine sehr witzige und sehr häufige Reaktion. Alle denken immer sofort, man gehört zur Familie Wagner. Egal wie viele Millionen Wagners es in Deutschland gibt. Ja, das ist eine ganz unmittelbare Reaktion, die mich immer erstaunt hat. Und ich sage, es gibt doch viele Wagners. Ja. Nichts? Das scheint sich irgendwo rumgesprochen. Unmittelbar, weil der Name Richard Wagner so bekannt ist. Und wenn dann einer daherkommt, eine daherkommt, die auch so heißt, dann ist das eine fast natürliche Verbindung. Und egal, wo Sie sind in der Welt? Also es ist jetzt nicht auf Österreich und die Schweiz begrenzt, oder? Nein. Amerika? Nein, eher in so Frankreich oder England oder Amerika. Ihre Familie wirkt ja erstmal so urdeutsch, auch mit dem Namen, aber in Wirklichkeit sind Sie ja ganz schön bunt. Und da sind Ungarn, Franzosen, Engländer und natürlich auch Deutsche zugange gewesen. Sind Sie typisch deutsch? Das, was Sie eben sagten, gefällt mir sehr. Wir werden als enorm deutsch angesehen. Das kommt natürlich über die deutsche Ideologie, in Anführungszeichen, die man glaubt, aus Wagners Werken herauszuhören. Zumindest sind sehr viele deutsche, aber auch europäische Mythen darin verarbeitet. Aber wir sind in der Tat völlig bunt, wie Sie sagen. Wir sind europäisch gemischt von unseren Herkunftswurzeln. Und das sollte man doch auch manchmal betonen. Aber Sie jetzt von Ihrem Selbstgefühl, haben Sie was typisch Deutsches? Also erstmal außer Pünktlichkeit und Disziplin und Ordnung und diesen klassischen Zuschreibungen. Nein, ich empfinde mich nicht als typisch deutsch. Ich bin meistens unpünktlich, aber auch darauf kann man sich nicht verlassen. Ich bin relativ undiszipliniert, relativ unordentlich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Doch. Sie sind so eine fleißige Frau, Sie können nicht undiszipliniert sein. Ich arbeite sehr viel. Ja, aber es gibt Leute, die sehr viel strukturierter arbeiten. Ich arbeite eher fantasievoll, wirr, alles gleichzeitig, so Multitasking-Richtung. Aber ich glaube, das Sinnbild der deutschen Ordnung verkörpere ich sicher nicht. Ich glaube auch, das ist ein Mythos. In Wirklichkeit tut das keiner. Sie haben ja gesagt, erst im Ausland habe ich intellektuell und emotional erfahren, was es heißen kann, deutsch zu sein. Das ist richtig. Das war ein sehr überraschendes Gefühl für mich. Ich bin in Deutschland natürlich, in Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Da gab es immer das Schamgefühl aus politischen Gründen, Deutscher zu sein. Und vor allem, wenn man zu dieser Familie gehörte. Und dann bin ich bald nach Frankreich gegangen. Da habe ich diesen Nationalstolz, der so ganz selbstverständlich zu jedem Franzosen gehört. Das hat mich überrascht. Und natürlich wird man dann auch angeschaut, man lernt sich mit fremden Augen sehen. Und das ist was ganz Wichtiges. Man lernt sich sehen, wie die anderen sind und wie die anderen einen anschauen. Und das gibt es schon in den klassischen Bildungsromanen. Der junge Mensch soll rausgehen, weil er lernt, sich anzusehen mit den Augen der anderen. Und sich dann fragt, was ist deutsch an mir oder was ist anders an mir. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Deutschen und ihr Nationalstolz so ein bisschen verändert haben? Sagen ja viele mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hätten wir auf einmal gelernt, viel selbstverständlicher. Das war eine sehr entspannte und sehr reizende Angelegenheit. Ich glaube, aufgrund dieser euphorischen Deutschlandbegeisterung, wo jeder eine Deutschlandperücke aufhatte und so weiter, das war so spaßig insgesamt. Schon, oder? Ja, also da glaube ich, hat keine andere Nation, musste deswegen wieder Angst vor uns kriegen, das glaube ich nicht. Und in dem Moment, wo die Feuilletonisten sich schütteln und sagen, um Gottes Willen, was ist da los, da weiß man so ganz schlimm, kann es nicht sein. Nö, das war, ich habe sie selber erlebt, das war so heiter und blödsinnig und bunt und verrückt. Hatten Sie auch so eine schwarz-rot-goldene Perücke? Naja, sicher nicht. Schade, hätte ich gerne gesehen. Nee, sowas schaffe ich nicht zum Beispiel. Da ist genau der Unterschied. Im nächsten Länderspiel gehen wir zusammen. Ja, weil für mich diese Farben doch eben sehr national belastet sind. Nee, würde ich nicht, käme nicht im Traum drauf. Im Sommer 1945, ein Monat nach Kriegsende, werden Sie getauft auf den Namen einer griechischen Siegesgöttin. Das klingt wie ein sehr spezieller Humor. Ja, das hat lange niemand bemerkt. Nun muss man wissen, dass mein Vater ein fanatischer Altgrieche war. Und meine Schwestern heißen Daphne und Iris. Also das verharmlost meinen Fall etwas. Haben Sie ja noch Glück gehabt. Habe ich gerade noch Glück gehabt. Naja, in der Tat, ich habe später nachgefragt. Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Habt ihr noch an Entsieg geglaubt oder was? Sie hatten nicht wirklich eine Antwort. Meine Mutter sagte so ganz fröhlich, naja, wir dachten, irgendwann wird alles wieder besser. Keine sehr erschöpfende Auskunft. Wenn jetzt jüngere Leute heute ihren Vornamen lesen, denken sie vermutlich an Turnschuhe. Ja, inzwischen bin ich an Turnschuhe und die Sache hat sich sozusagen in die Populärkultur verbreitet. Also das passiert tatsächlich, dass jemand Nike-Wagner ziehen hat? Ja, natürlich. Haben Sie früher mal Basketball gespielt? Ich weiß sicher nicht. So was passiert dann. Ja, ja. Ihr Vater starb 1966 und Sie mussten dann umgehend aus der Villa Warnfried ausziehen. Warum wurden Sie da des Hauses verwiesen? Das hat an sich ganz einfache Gründe. Die Villa Warnfried ist die Dienstvilla des Festspielleiters. Und wenn der Festspielleiter gestorben ist und der neue amtierende Festspielleiter unbarmherzig veranlagt ist, dann müssen eben die Kinder ausziehen. Dann wird das wieder Dienstvilla. Wie fühlte sich das an damals? Entsätzlich. Also es war schon eine Vertreibung. Man hätte es ja erhalten können. Es kamen dann aber eben Restaurationspläne dazu, eine Stiftungsgründungspläne, nach denen die Villa wieder in ursprünglichen Zustand versetzt werden sollte. Das wurde wieder als historisches Museum statt als Wohnhaus konzipiert. Was es bis heute ist. Aber da lagen zehn Jahre dazwischen. Wir haben gerade in Ihrem Porträt gesehen, dass Ihr Onkel Wolfgang Wagner dann doch emotionale Aufwallungen hat, wenn er Ihren Namen hört. Die kommt aber nicht hier rein. Oder was er da sagte. Warum reagiert er so? Naja, es gibt doch in allen Dynastien kleine Fäden oder größere Kämpfe. Er wusste genau, dass ich Kritik geübt hatte an seiner Festspielleitung, das auch öffentlich artikuliert habe. Viele haben auch gesagt, zu Recht. Viele haben gesagt, zu Recht. Und ich glaube weiterhin, dass es zu Recht war. Das war ja nicht direkt nach seinem Antritt der alleinigen Festspielherrschaft, sondern Jahrzehnte danach. Also er hatte Zeit, sich auszubreiten. Aber auch Zeit, kritikabel zu werden. Und deswegen war er natürlich sehr, sehr allergisch. Weil, wie gesagt, ich liebe die Wahrheit und habe die dann irgendwann gesagt. Aber man kann ja Kritik üben, vor allen Dingen, wenn sie dann auch zutrifft. Und der andere kann sie ja auch annehmen und damit arbeiten. So sollte es im Idealfall sein. Hier hat er den Eindruck, als sei da der Tatbestand der Majestätsbeleidigung erfüllt. Ja, der Mensch ist nicht hilfreich und gut, wie Goethe das vielleicht gewollt hätte. Nein, mein Onkel ist ein Choleriker. Ein Mann, der an der Macht war und der sich da nicht aus den eigenen Reihen kritisieren lassen wollte. Ist doch ein ganz, sozusagen, leicht verständlicher Vorgang. Wie alt waren Sie, als Sie gemerkt haben, dass das vielleicht doch keine ganz normale deutsche Familie ist? Ich sage immer, wir sind nicht so unnormal. Es ist bei uns alles, was in anderen Familien sich abspielt, einfach nur mehr in der Öffentlichkeit. Und eben vom Glanz der Musik von Richard Wagner noch umrahmt. Es ist immer ein Trommelwirbel dabei. Und es kommt etwas Ungewöhnliches bei uns dazu, was anders ist als bei großen Unternehmen, bei wirtschaftlichen Unternehmen. Wir sind ein Kunstunternehmen. Und bei Kunst gibt es immer weiche Ränder. Ist es ein guter Künstler, der jetzt die Festspiele führt? Oder versaut der vielleicht das Ganze? Also das ist viel heikler, weil für Kunst gibt es ja so keine geradlinigen Maßstäbe. Es gab diese Aufgabenteilung. Ihr Vater hatte eher den kreativen Part. Sein Bruder Wolfgang war eher der Organisator. Hat sich das nach dem Tod Ihres Vaters geändert? Das hat sich geändert, einfach weil mein Onkel Wolfgang dann der Alleinherrscher auf dem grünen Hügel war. Und er hatte aber auch zu Zeiten meines Vaters immer schon das Recht, auch künstlerisch tätig zu sein. Und diese künstlerische Tätigkeit hat er dann einfach weitergeführt. Andererseits hat er etwas Richtiges gemacht. Er hat fremde Regisseure hereingeholt ins Haus. Und das war auch ein Gebot der Stunde. Das kann nicht ein einzelner Wagner-Enkel ständig alle elf oder dreizehn Wagner-Opern inszenieren. Das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Und das war eine richtige Entscheidung? Das war eine vollkommen richtige Entscheidung, selbstverständlich. Da sollen sich junge und neue und verschiedene Talente an Wagner ausprobieren. Aktuell läuft schon wieder Wagner im Fernsehen. Der Wagner-Clan mit Ihres Berben. Also man sieht, es beschäftigt dieses Land. Und ja, wird es auch noch eine Weile so weitergehen. Eine theoretische Frage, Frau Wagner. Aber könnte jemand wie Richard Wagner, ein so vielschichtiger Mensch, heute eigentlich noch mal, hätte der überhaupt noch die Bedingungen, ein solches Werk zu schaffen? Oder würde der in unserer Medienwelt, in unserer gleichmacherischen Welt vielleicht gar nicht groß werden können? Doch, ich glaube unbedingt, dass es ihn geben könnte heute. Wenn Sie sehen, er hat ja vieles vorgedacht, was heute, das Schlagwort Multimedia trifft es nicht ganz. Aber das Fusionieren verschiedener Kunstgattungen ist doch seither immer aktuell geblieben und hat sich auch immer weiterentwickelt. Das ist jetzt das Inhaltliche. Aber ich meine, jemand, der so Opulenz braucht. Wieso jeder Künstler muss versuchen, sich seine eigenen Schaffensbedingungen zu schaffen, hinzukriegen? Aber heute muss jeder Künstler sagen, wie unglaublich bescheiden er ist und wie bodenständig und so. Nein, Sie haben doch auch bei bildenden Künstlern immer alle Exzentrizitäten dieser Welt. Und wenn er einer ein Künstler ist, dann schafft er sich auch seine Bedingungen, unter denen er kreativ werden kann. Und wenn der eine eben Samt und Seide braucht, dann braucht er sie. Müssen ja nicht immer die faulen Äpfel wie bei Friedrich Schiller sein. Ich gestehe, ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die nicht sich den Arm abschneiden würden für eine Karte in Bayreuth. Ich stelle es mir relativ anstrengend vor, dann doch auf sehr ungemütlichen Stühlen, sehr beengt, sehr lange ausharren zu müssen. Machen Sie mal Werbung. Warum sollte ich trotzdem jetzt mal nach Bayreuth kommen? Nein, Sie sagen da was sehr Interessantes. Stimmt alles, was Sie sagen. Es ist unendlich stressig. Und man hat sich oft schon gefragt, ob dieser physische Stress und auch geistige, mentale Stress bei den Deutschen irgendwie dazugehören muss, um in den Genuss eines Erlebnisses, auch eines Kunsterlebnisses zu kommen. Es muss wehtun. Es muss wehtun, so ungefähr. Die ziehen sich alle schwitzend ihre Jacken aus und quetschen sich da in diese engen Stühle. Aber man darf nicht vergessen, es gehört das auch zum etwas totalitären Kunstkonzept von Richard Wagner. Er presst sie alle im Bayreuther Festspielhaus zu einer Masse zusammen. Da ist ja kein Mittelgang, wo man irgendwie Luft schöpfen könnte. Es ist ein Gruppenerlebnis. Es ist ein Gruppenerlebnis, ein Kollektiverlebnis. Aber er will sie alle auf die Bühne, auf den Bühnenausschnitt konzentrieren. Er will sie alle auf die Kunst, auf seine Kunst hin zusammenschweißen. Jetzt vielleicht noch mal für unsere Milliarden Zuschauer in aller Welt, die auch noch nicht in Bayreuth waren, so wie ich. In zwei Sätzen, was ist das Besondere an Richard Wagner? Warum wird man süchtig? Warum hört man einmal Parsifal und kann nicht mehr loslassen? Das ist vielleicht die berühmte erotische Wirkung, die sinnliche Wirkung von Wagners Musik. Ist das wirklich so, dass auf einmal die Hormone in Wallung kommen? Ja, Hormone, so direkt sollten wir es nicht sagen. Sie haben mit der erotischen Anfrage. Zumindest, es gibt ja auch Nerven, das ist zumindest eine Nervenmusik, das ist eine Seelenmusik, die seelische Konflikte wahnsinnig gut suggerieren kann. Nehmen Sie allein Wotans Abschied von seiner Tochter. Da schluchzen die Väter im Auditorium. Die Idee, sich so von seiner geliebten Tochter trennen zu müssen. Also er hat immer archetypische Situationen genommen. Und wir müssen dazu sagen, Männer, die 30 Jahre lang keine Träne rausgebracht haben, fangen auf einmal an zu schließen. Abgesottene Unternehmertyp. Ja, unglaublich. In einem Festspielhaus. Ja, es gelingt ihm, auf familiär archetypische Situationen darzustellen und die auch fast unterschwellig in uns hineinzubringen. Und dann eben diese Sogwirkung der Musik, das ist wahnsinnig gut komponiert. Er erzählt Geschichten, in die man leicht einsteigen kann. Es sind ja große eben, mythische Erzählungen, die er macht. Mit den ewig gültigen Themen? Ja, ja. Also es ist im Unterschied zur historischen Oper seiner Zeit, die eine historische Begebenheit schildern, schildert er eben diese allgemeinen Götter und Menschen. Und diese Größe hat er allem so ein mythisches Gewand übergezogen. Das heißt, es kann auch auf einer allgemeineren Ebene erfahren werden. Es gibt zwei Sorten von Wagner-Betrachtung. Die einen sagen, er war ein Antisemit. Und die anderen sagen, nein, das war alles ganz anders. Nein, dass ein Antisemit war, das steht fest. Daran zweifelt auch keiner mehr. Man muss sich dann fragen, was bedeutet Antisemitismus im Kontext seiner Zeit? Das Unvorstellbar war, war nicht vorstellbar bekannt. Dann muss man sich fragen, dringt der Antisemitismus in seine Werke? Können wir das hören oder sehen? Können wir? Nein, nein, letztlich nicht. Wenn er eine Judenkarikatur wirklich hätte auf die Bühne stellen wollen, dann hätte er das getan. Hat er aber nicht. Er hat alles so verallgemeinert, dass man, wenn man seine Ressentiments gegen die Juden, übrigens auch gegen die Franzosen, kannte, dann kann man es bisweilen erkennen. Aber ich glaube nicht, dass heutzutage ein naiver Wagnerianer, der die Musik liebt und den Plot spannend findet, dass er deswegen zum Antisemiten gemacht wird. Das ist Unsinn. Wird er nicht. Sie haben Ihre Großmutter Winifred noch erlebt. Was war das für ein Mensch? Jeder Mensch ist geprägt durch seine Herkunft und durch seine Härtetests. Meine Großmutter war ein Waisenkind, was herumgestoßen worden ist. Dann ist sie gekommen ins Haus eines glühenden Wagnerianers und schließlich hat sie als ganz junge Frau den Sohn von Richard Wagner geheiratet. So, die war kräftig, stark, widerstandsfähig, aber eben auch uneinsichtig, stur, reflexionsunfähig. Das muss man, gute Durchhalteeigenschaften haben dann auf der anderen Seite sehr große Nachteile. Für mich war sie ein sehr harter, zugeschlossener, zugepanzerter Frauentyp. Also keine liebevolle Oma? Es gibt andere Enkel, die haben sie als liebevolle Oma erfahren. So einfach sind die Dinge immer nicht. Ich glaube schon, dass sie für manche eine liebevolle Oma war, aber sie hat auch auf ihre Kinder, sie hat schon mit sehr viel Härte reagiert. Sie hat angeblich Adolf Hitler Papier und Stifte in die Haft geschickt und er hat Mein Kampf damit geschrieben. Ja, sie war... Hat sie jemals hinterher irgendwas in die Richtung gesagt, so das war vielleicht doch keine gute Idee? Es gab ein großes Filmporträt von ihr, 1975 wurde das gedreht und da kommt sie darauf zu sprechen und sagt sie, ja lieber Himmel, heute wirft man mir vor, dass Hitler Mein Kampf auf dem Briefpapier geschrieben hat, das sich ihm geschickt hat. Was kann ich denn dafür, sonst hätte er es halt auf anderem Papier geschrieben. Womit sie nicht ganz ungerecht hat. Nein, die waren sehr eng befreundet und sie war auch politisch eine glühende Anhängerin von ihm. Und sie hat auch nie abgeschworen, nicht? Nie abgeschworen, ja. Das finde ich das Entsetzliche. Dass sie Mitläufer war, durch die persönlichen Kontakte vielleicht auch ein bisschen blind geworden und er hat ihr geholfen. Sie war ja Festspielleiterin, er hat ihr zu Geld und zum Publikum verholfen. Aber dass sie nach dem Krieg sich nicht aufklären lässt und nicht abschwört, das ist das Furchtbare. Das meinte ich mit der Uneinsichtigkeit. Und dem Durchhaltungsvermögen. Nicht reflexionsfähig. Aber sie müsste wahrscheinlich, ich hätte ihre ganze Person in Frage stellen müssen, wenn sie sich sozusagen mal nach dem Krieg informiert hätte, was da eigentlich los war und wo sie da drin war und was sie befürwortet hat. Wir fassen zusammen, ein Selbstläufer. Nike Wagner kommt nach Bonn, Beethoven geht immer, lädt man sich ein paar Stars dazu und schon ist die Bude voll. Ist das so einfach? Wenn es doch so einfach wäre. Wenn es doch so einfach wäre. Gut, das Profil hat dieses Festival durch Beethoven, wie schon im Namen erkennbar. Beethoven bleibt auch das Kerngeschäft. Aber ich denke, man muss heute auch noch ein bisschen weiter denken. Denn wofür steht Beethoven? Das muss man erstmal definiert haben. Für mich ist er ein Avantgardist und ein Menschenrechtler. Ja, Beethoven hat wirklich die große weiße Weste. Er ist wunderbar in jeder Beziehung. Und man kann auch versuchen, eben über diese beiden Schienen eine Öffnung zu erreichen, mehr interdisziplinäre Veranstaltungen zu machen, Symposien oder Tanz oder Theater unter diesem Label. Immer mit Bezug auf Beethoven. Avantgard und Menschenrecht. Dann ist der Laden schon nicht mehr automatisch voll, oder? Nicht mehr automatisch, aber es gibt ja auch das Kerngeschäft und irgendwas ist ja dran an großen Künstlern, die halt dann zu Stars werden. Natürlich werde ich versuchen müssen, auch solche Künstler immer wieder zu finden und zu hegen und zu pflegen. Das ist alles ganz richtig. Die Deutsche Welle ist Kooperationspartner, glaube ich, oder? Gott sei Dank. Da haben Sie die Besten erwischt. Die haben wir die Besten erwischt und da läuft ja seit Jahren das sogenannte Campus-Projekt, was ein Teil unserer Jugend- und Education-Schiene ist. Und das halte ich für ein ganz, ganz wunderbares und wichtiges Projekt. Erstens ist Beethoven der Idealer, der ideale Botschafter, den wir nach außen transportieren können, exportieren können. Beethoven schlägt Wagner. Aber um Meilen. Der hat einfach, glaube ich, zum Exportieren die besseren Karten. Haben wir vorhin durch den Antisemitismus, hat sich Wagner ganz schön selber beschädigt. Beethoven nicht. Aber auch, indem wir ausländische Orchester aus fernen Ländern, heuer noch aus der Türkei, hereinbringen. Im nächsten Jahr könnte es China sein. Und das sind Dinge, die können wir nur mit der Hilfe von der Deutschen Welle verwirklichen. Sie haben mehrfach einen mutigen Satz gesagt, nämlich Kunst ist elitär. Das muss auch mal anstrengend, auch mal schwierig sein und das versteht halt auch nicht jeder. Das finde ich insofern mutig, weil eigentlich geht der Trend ja so Kunst für alle. Kann man sich vorstellen, dass auf Ihrem Beethoven-Fest dann mal irgendwann auch so eine Pop-Band ein bisschen Beethoven-Abwandlung spielt? Doch, es gibt immer, auch durch unsere Zusammenarbeit mit dem Partner Telekom zum Beispiel, gibt es immer Veranstaltungen mit absolut populärem Charakter. Auch da kann man fündig werden. Da gibt es auch hochinteressante, wunderbare Sachen, die halt fürs breitere Publikum sind. Da knirschen Sie dann aber nicht innerlich? Nein, ich knirsche nicht. Da muss man eine eigene Schiene, eine eigene Sparte dafür erfinden. Aber ich bin trotzdem dafür, sozusagen zu dem Wort elitär stehe. Die Kunst hat den Massen nicht hinterherzulaufen. Es sind zwei verschiedene Kategorien. Aber das, was als Angst immer vor der elitären Kunst ist, da muss man einfach die irgendwie... Der Zugang ist ja offen. Es muss immer auch billige Karten geben. Das ist selbstverständlich. Der Zugang ist da. Und wenn Sie mal da sind, die Leute sind Sie ja oft begeistert, auch wenn Sie ein Stück hören, was Sie noch nie gehört haben. Und die Öffnung auf die Zeitgenossenschaft hin ist mir immer wichtig. Auch Wagner war mal neue Musik. Und von Beethoven die 9. Symphonie, die fanden die Leipziger Musiker bei der Uraufführung entsetzlich. Nicht misstönend, grell, unverständlich. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Sie haben Festivalleitung geübt, zehn Jahre in Weimar. Ja. War das leicht? Nein, das war überhaupt nicht leicht. Man denkt sich, toll, deutscher Kulturboden, Franz Liszt und jetzt kommt die Nike Wagner. Das passt doch alles. Ja, ich war auch fasziniert von dem Auftrag, in dem heiligen Weimar sozusagen ein Festival machen zu dürfen. Und habe mich da auch höllisch angestrengt, den Leuten ein Programm auf hohem Niveau zu geben, aber ein sehr diversifiziertes Programm auch. Das Ganze hieß ja auch Kunstfest, war etwas leichter. Es hieß nicht List-Festival. Da kam auch sehr viel Franz Liszt vor, weil Franz Liszt diesen Ort zum Zentrum des Geschehens im 19. Jahrhundert gemacht hat. Ihr Ururgroßvater, Kapellmeister in Weimar. Ja, Hofkapellmeister in Weimar. Heimspiel. Ja, ein bisschen Heimspiel. Ja, hat mir auch alles wunderbar gepasst. Und nach zehn Jahren ist dann gut? Nach zehn Jahren ist gut. Ich glaube, da hat jeder so sein Bestes gegeben. Und in einer kleinen Stadt hat man sich dann vielleicht auch ein bisschen satt. Und die Kunst lebt davon, dass dann wieder ein anderer Geist hineinkommt. Eines, was man immer so von außen ein bisschen unterschätzt, man denkt, diese Festivalleiter, die rasen dann da so mit wehendem Schal durch die Gegend und sind wichtig und dinieren mit den Großen und Schönen und Mächtigen. In Wirklichkeit müssen Sie aber zunehmend oder auch schon immer Geld besorgen. Sie müssen betteln gehen. Ja, ich habe auch zehn Jahre lang nur gebettelt. Nur gebettelt. Und wirklich so? Ich habe ein Programm entworfen und das musste dann finanziert werden. Und da fehlte halt noch die Hälfte. Und dann gehen Sie so mit Ihrem Musterköfferchen zum Unternehmen? Klingelbeutel, Musterköfferchen. Musterköfferchen hat sich ganz gut bewährt. Man geht mit den verschiedenen Veranstaltungen zu den Unternehmen und fragt, was würde Ihnen denn gut gefallen? Suchen Sie sich doch mal was aus. Suchen Sie sich doch mal aus. Und Weimar, das lohnt sich doch. Und da muss man reden, nicht nur Mittagessen und Abendessen, sondern auch viel reden und überzeugen. Und manchmal gewinnt man auch die wunderbarsten Partner, das muss man schon sagen. Gibt es dann auch so eine harsche Reaktion, dass man sagt, oh nee, wir machen jetzt schon hier das Fußballturnier und den Marathon und jetzt... Der Sport ist der große Feind. Sport ist Feind der Kultur. Sport-Sponsoring ist natürlich ein Maximum an Sichtbarkeit. Während ein Konzert im ehemaligen Osten, sagen wir es doch gleich, das versickert ein bisschen, wenn man so will. Auch wenn es voll ist. Die Sichtbarkeit ist dort nicht so gegeben, ist mit Kunst und Kultur nie so sehr gegeben. Aber es gibt ja auch sogenannte kunstaffine Unternehmensleiter. Und man hofft immer, jeder, der mal als Kind eine Geige in der Hand gehabt hat, der isst es dann auch von Haus aus. Fairerweise muss man sagen, die öffentliche Hand, also auch der Steuerzahler, beteiligt sich auch ganz ordentlich. Die klassische, normale Opernkarte wird, die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, aber so mit ein bis 200 Euro pro Sitz, also pro Karte letztendlich subventioniert. Da sagt der kleine Mann auf der Straße, ich gehe doch nie in die Oper, was soll ich denn für die Reichen da die Karten mitbezahlen? Ich habe ja Gott sei Dank kein Opernhaus, das ist ein großer Vorteil. Aber auch Ihre Festivals werden mit öffentlichem Geld? Ja, aber sehr mäßig, sehr mäßig. Es war chronisch unterfinanziert in Weimar. Und das gesamte künstlerische Programm in Bonn muss auch privatwirtschaftlich eingeworben werden. Also, so recht... Sie sind die tapfere Kämpferin. Ja, in Bayreuth ist es leichter, da wird jede Karte mit 190 Euro ungefähr gesponsert. Frau Wagner, Sie sind auch eine Arbeitsmigrantin. Sie haben auch keinen festen Wohnsitz. Ja, und zwar schon seit zehn Jahren. Nein, ich habe vier verschiedene Wohnsitze. Wien ist mein Heimatwohnsitz. In Salzburg wohnt mein Mann, den besucht man ja auch ab und zu. Dann habe ich jetzt Bonn. Und selbstverständlich muss man eine Hinterhofwohnung in Berlin haben. Also vier richtige Wohnungen? Vier Wohnungen. Und Sie sind immer wie so eine Flipperkugel unterwegs. Ja, es kommen natürlich noch andere Städte hinzu, wenn ich Künstler sehen muss oder Sponsoren treffen möchte. Heimat ist wo? So dieses Gefühl, ich bin zu Hause? Eine schreckliche Frage. Ja, dafür bin ich berüchtigt. Nein. Gibt es nicht? Nein, Heimat ist... Wo der Koffer ist. In der Musik, in den Menschen, die ich liebe, die ich sehe. Nicht an einen Ort gebunden. Nicht mehr an einen Ort gebunden. Dieses Phänomen, das sich immer bewegen müssen, ist im Kulturbetrieb ganz besonders ausgeprägt. In Weimar zum Beispiel, als Sie gegangen sind, ist ein Großteil Ihrer Mitarbeiter auch arbeitslos geworden. Ja, ganz entsetzlich. Das ist wirklich brutal. Es ist ja nicht so, dass in Weimar jetzt ganz, ganz viele Kulturjobs bereitstehen. Das hat mich tief schockiert, denn das Kunstfest existiert ja weiter. Aber mit neuem Personal. Mit neuen Strukturen. Das ist jetzt beim Deutschen Nationaltheater untergebracht. Das geht jetzt auf Nummer sicher. Aber die Mitarbeiter, die sind alle so zwischen 30 und 40. Ich finde es ganz entsetzlich. In diesen freiberuflichen Kulturjobs, die sehr dünn gesät sind. Und ich habe alles getan, um drei Leute mitzunehmen nach Bonn. Und wir reden ja nicht nur von den Stars. Wir reden von Beleuchtern, von Bühnenarbeitern, von... Ja, von kleinen Projektleitern reden wir. Also keine Menschen, die viel Geld verdienen. Nein, die verdienen alle gerade genug. Die müssen sehen, dass sie im nächsten Monat wieder was kriegen. Nein, die saßen auf der Straße. Und ich weiß, wie schwer diese Jobs zu kriegen sind. Drei haben Sie dann wenigstens... Drei habe ich gerettet. Und was aus den anderen geworden ist, man weiß es. Die verteilen sich dann... Ja, ich konnte sie nicht alle mitnehmen. Manche waren total verwurzelt in Weimar. Manche musste ich im Stich lassen. Denn in Bonn bin ich ja auf eine fest installierte Mannschaft getreten. Also ich musste schon boxen und schreien und... Also die mussten nicht alle abhauen, weil sie kamen. Nein, die sind alle unkündbar dort gewesen. Die haben das irgendwie menschlicher und sozialer gemacht. Sie arbeiten auch als Universitäts-, als Hochschuldozentin. Sagen Sie das Ihren Studenten, so junge Leute, richtet euch darauf ein. Es wird keine Reichtümer zu verdienen geben und ihr habt kein Zuhause. Also einerseits darf man sich nicht abstrecken. Denn es wollen so viele junge Leute mit Kunst in Berührung sein, die selber nicht unbedingt Künstler sind. Und das ist eine so schöne Sache, den Künstlern nahe zu sein, mit Kunst zu tun zu haben, Kunst zu organisieren. Das begeistert sehr, sehr viel. Ich rede Ihnen auch zu. Nur ist in der Tat so, man wird zehn Jahre älter in diesem Kunstbetrieb, kann aber nicht aufsteigen in irgendeiner Hierarchie. Deswegen ist man dann nachher zwar älter, aber nicht weiter. Und da ist eine Falle für junge Leute. Deswegen wäre es gut, dass sie sich dann immer noch eine zweite Schiene irgendwie drauf schaffen. Aber wenn ein junger Mensch zu Ihnen kommt und sagt, Frau Wagner, ich brauche eine Lebensberatung, soll ich mich jetzt wirklich in dieses unsichere Kunstgeschäft begeben? Dann sagen Sie immer, folge dein Herz. Nein, dann würde ich das so darstellen. Aber auch Mut machen. Denn es sind fröhliche Betriebe. Das darf man sich nicht nur stressig vorstellen. Da wird gelacht und über die Künstler geredet. Und dann hat man ja jeden Abend auch, wenn das Festival dann mal läuft, da geht der Vorhang hoch und man sieht, dass es gut organisiert. Das klappt. Und die Gänsehaut. Und dann kommt die Gänsehaut. Davon können Sie sich hoffentlich auch noch nicht oder gar nicht freimachen, oder? Also Sie haben das auch noch. Ja, natürlich. Und erreicht nicht dieses Stadium von Gelassenheit oder abgebrüht, dass man sagt, ach komm, läuft schon. Nein, vor allem Kunst ist nicht nur von Haus aus immer ein Risiko, sondern es ist immer ein Risiko. Sind die so gut, wie ich dachte? Klappt denn auch alles? Sind die alle gut drauf? Macht das Publikum mit? Es sind zahllose Faktoren, die man gar nicht kontrollieren kann, aber die machen das spannend. Und da ist ja auch live nichts zu schlagen. Das kriegen Sie ja in keinem Fernsehen, in keinem Kino hin. Der Moment. Alles analog, alles live. Fast wie bei uns. Ganz zum Schluss unser typisch Deutschspiel. Lieber Opern, in Opern investieren oder in Kindergärten? Fragen Sie mich? Ja, natürlich. Ich wüsste die Antwort. Nein, das darf man überhaupt nicht gegenüberstellen. Das ist der Punkt. Das war das kürzeste typisch Deutschspiel. Normalerweise haben wir noch mehr Fragen, meine Damen und Herren. Das war es schon wieder mit typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Annike Wagner. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr verstanden aus dieser vielen Familie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr über unseren Gast erfahren möchten, schauen Sie sich die englische Ausgabe Talking Germany an mit meinem Kollegen Peter Kramer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.